Ich war nichts ahnend im Internet unterwegs und auf einmal war er wieder. Dieser Typ. Vielleicht sollte ich endlich mal richtig loslegen und strukturiert meine Filmproduktion aufbauen. Mehr Projekte umsetzen und auch mal Ratschläge annehmen. Ich könnte ein eigenes Büro haben. Was eigenes schaffen. Und lernen, ein Team aufzubauen. Wir könnten alle an einem Strang ziehen. Größere Kunden, größere Sets und gemeinsam das nächste Level erreichen. Vom Solo-Filmmaker zum kreativen Unternehmen. Ich könnte noch geileres Equipment kaufen. Eine richtige Marke. Eine richtige Filmproduktion aufbauen. Vielleicht wäre es mehr als nur eine Zusammenarbeit. Eine Partnerschaft mit Vertrauen. Und man erfolge gemeinsam, weiß man. Und darüber hinaus, alle Freundschaft. Ein Formular. Ein Handy nochmal angeben. Nee. Ja. Bis zum nächsten Mal.